Der Milovato und Wilma Valderrama haben die Zeit ihres Lebens. So glücklich haben wir sie nämlich nur selten gesehen. Wie hier während ihres Urlaubs auf St. Barts. Schau dir das an, hier spielen sie die berühmte Szene aus Dirty Dancing nach. Ja, es ist Dezember, aber die beiden mussten einen Ort finden, der genauso heiß ist wie ihre Leidenschaft füreinander. Es wirkte zwar so, als wären die beiden ganz alleine nur für sich, aber sie verbrachten auch Zeit mit ihren Freunden. Naja, mehr oder weniger. Wilma nahm Demi dann wieder zur Seite und naja. Also, wir haben nicht gehört, ob es während des Urlaubs zu einer Verlobung kam. Aber Demi postete dieses Bild auf Instagram und schrieb dazu, Hier klettern sie die Klippe hoch und wir würden uns nicht wundern, wenn Wilma bald die große Frage stellt. Hier klettern sie die Klippe hoch und wir würden uns nicht wundern, wenn sie die Klippe hoch und wir würden uns nicht wundern,